ladies and gentlemen servus und herzlich willkommen zu einem neuen review hier bei kirmes aktuell und damit herzlich willkommen zu einem neuen fahrgeschäfts review wir schauen uns heute mal einen ja doch durchaus klassiker an kann man sagen auch wenn er durchaus rara geworden ist die letzten jahre auf der reise und zwar geht es hier jetzt heute in dem fall um das thematisierte fahrgeschäft ghost rider vom schausteller löffelhardt aus deutschland und es handelt sich hierbei deswegen um einen klassiker weil es ein booster nummer eins von hus ist das geschäft wurde 1998 gebaut hat eine breite von 23 metern eine tiefe von 23 metern und eine höhe von zehn metern es benötigt einen anschluss von 140 kw die kapazität liegt bei 32 personen in 16 gondeln es gab tatsächlich auch vorbesitzer von dieser anlage und zwar von 1998 bis 2012 die schausteller familie rüdiger aus österreich bis 2015 hieß das geschäft dann tatsächlich auch noch original booster bis es dann anschließend unter löffelhardt umgestaltet wurde und einen neuen namen bekommen hat und jetzt unter dem thema ghost rider aufläuft man muss auch noch dazu sagen dass löffelhardt mittlerweile zwei umgestaltete ghost rider besitzt bei der zweiten version handelt es sich um den umbau eines parkmodells was dann auf die reise gebracht wurde wieder ja das waren erstmal so vorweg die ganzen groben daten und fakten zu dieser anlage und dann hätte ich gesagt schauen wir uns doch jetzt als nächstes mal den punkt optik und thematisierung an denn ich habe ja schon gesagt es handelt sich um ein thematisiertes fahrgeschäft ja der begriff ghost rider könnte dem ein oder anderen unabhängig von der kirmeswelt durchaus ein begriff sein es gab in der vergangenheit verfilmungen rund um den ghost rider welcher im grunde ein kopfgeldjäger mit besonderen fähigkeiten in bezug auf feuer ist zwar das fahrgeschäft ghost rider jetzt nicht so explizit aber irgendwie dann doch auch offensichtlich mit der geschichte des ghost riders zu tun denn der flammende kopf ziert nämlich auch das logo des geschäfts und so harmoniert die thematisierung sehr gut mit dem highspeed fahrgeschäft optisch ist das geschäft sehr stimmig und schön anzusehen besonders die knalligen farben und kontraste stechen wie ich finde hervor es ist schon krass was so ein bisschen optischer umbau bewirken kann im vergleich zur ursprungsversion ich finde es aufgewertet das ganze im vergleich zur eher doch nostalgischen ursprungsversion muss man sagen ansonsten handelt es sich bei ghost rider um ein klassisches rundfahrgeschäft und vor allem wie ich schon erwähnt habe natürlich einen echten huss klassiker ich finde es immer wieder geil wenn man wirklich diese ganzen nostalgischen huss geschäfte noch auf den reisen hat da kann man sich wirklich sehr sehr glücklich schätzen weil das halt eben auch noch keine klappgeschäfte sind wie man sie heute hat was natürlich auch nicht unbedingt schlecht ist aber mittlerweile halt doch dann rar geworden solche huss geschäfte wenn man sich sonst die ganzen kmg geschichten und so weiter anschaut das war es jetzt erst einmal zum punkt optik und thematisierung und dann hätte ich gesagt schauen wir uns doch mal ganz kurz noch ein bisschen die fahrt an ihr seht sie gerade auch ein paar online impressionen eingeblendet und die fahrt die ist nämlich durchaus interessant und hat es vor allem wie ich finde echt in sich zum farblauf ganz grundsätzlich es kann sich zum einen die große platte drehen auf der dann gondel kreuze befestigt sind welche sich dann ebenfalls noch mal drehen können vier gondel kreuze sind hier befestigt auf der platte diese gondeln können sich also diese gondel kreuze können sich dann drehen und an diesen gondel kreuzen befinden sich dann noch mal vier gondeln jeweils welche sich dann ebenfalls noch mal drehen können allerdings hier eher schwingend aufgrund des fahrablaufes bis hin dann sogar zum überschlag je nachdem wie halt die bremsen und so weiter dann auch angezogen sind je nach geschwindigkeit ergeben sich hier dann wirklich sehr interessante fahrabläufe man hat hier anfangs dann zum beispiel wenn er nur diese kreuze drehen lässt dann eher so ein man zentrifugiert sich da irgendwo hin seht ihr hier gerade auch ein bisschen eingeblendet habt ihr gerade gesehen und dann allerdings wenn natürlich dann auch die platte und alles in schwung gerät dann hat man hier wirklich richtig coole fahrabläufe die tatsächlich so ein bisschen auch an den shake erinnern aber irgendwo dann trotzdem auch wieder anders ist auf jeden fall die überschläge die sind dann echt richtig intensiv man wird hier ordentlich in den sitz gedrückt und hat hier wirklich schöne gehkräfte abgerundet wird die fahrt dann natürlich auch noch von sehr coolen showfahrten muss man dazu sagen abgestimmte jingels lichteffekte nebel das passt hier wirklich alles sehr sehr gut und passt vor allem für dich zu dieser thematisierung ghost rider wie die faust aufs auge das ist wirklich richtig geil gemacht also da wirklich hut ab und ja dann ist die fahrzeit natürlich immer ein bisschen variabel muss man sagen es kommt immer darauf an wie viel los ist aber insgesamt sind da schon wirklich eigentlich auch selbst abends grundsätzlich gute fahrten dabei fahrbreitechnisch muss man dazu sagen meistens so zwischen vier und fünf euro eingependelt das ganze ja dann hätte ich gesagt kommen wir auf zum fazit optisch ist der ghost rider ein rundfahrgeschäft auf dem neuesten stand obwohl es 1998 gebaut das muss man sagen aber optisch vor allem sehr hochwertig und stimmig fahrtechnisch ist der ghost rider wohl eines der heftigsten rundfahrgeschäfte die es gibt wie ich finde ich freue mich immer riesig mit dieser anlage zu fahren auch wenn sie eher selten im süden unterwegs ist muss man tatsächlich sagen also im süden treffe ich sie eher weniger und umso mehr freue ich mich dann wenn ich die anlage treffe und es freut mich vor allem dass sie derzeit hier in nürnberg auf dem nürnberger volkswitz kassiert was für mich wiederum heimspiel ist da wird schon die ein oder andere runde dann noch mit gedreht werden ja dann sind wir jetzt am ende des reviews angekommen ich hoffe natürlich dass euch das video gefallen hat ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das fahrgeschäft ghost rider von löffelhardt findet und ob ihr die ursprungsversion den booster vielleicht auch mal gefahren seid und dann ja hoffe ich das video euch gefallen dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns schon nächste woche zu einem neuen review hier bei kirmes aktuell wieder bis dahin ciao macht's gut und